Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Die GOP Festtagszeitung finden Sie in diesen Tagen in Ihrem Briefkasten. Auch diesmal gibt es Ihnen GOP Tipps und Anregungen und Rezeptvorschläge, damit Sie Ihre Vorbereitungen frühzeitig treffen können. Besonders beliebt, gerade jetzt über die Festtage, sind die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten von GOP. Zum Beispiel die Quick-Schäufchen. Sie sind schon fix fertig im eigenen Saft gekocht und darum zu Hause auch schnell angerichtet. Nach 5,25 Stunden im heissen Wasser kann man es dann aus der Frischhaltepackung rausnehmen und in schöne, saftige Tranchen schneiden. Das geht ganz problemlos, weil das Quick-Schäufchen ohne Bein ist. Ausser den Schäufchen gibt es bei GOP auch noch Rollschinken, Nüsse, Hals und Rindszungen. Alles natürlich in der gewohnten GOP-Qualität und vorteilhaft im Preis. Im reichhaltigen Festtagsangebot von GOP finden Sie jetzt auch wieder die exotischen Köstlichkeiten aus den sonnenverwönten Ländern. Eine Frucht, die sich speziell gut eignet für attraktive Vorspeise, ist die Avocado, die man mit lustigen Sachen füllen und dekorieren kann, wie zum Beispiel mit Grovetten. Sehr beliebt sind auch die Kiwi mit dem schön zeichneten Fruchtfleisch. Man kann sie einfach auslöffeln oder dann als Dessert servieren, zum Beispiel mit Zitronen und Erdbeer-Sorbe. Natürlich fehlen auch nicht die frischen Ananas aus Afrika. Die Ananas kann man auch sehr festlich servieren. Man schneidet sie mitsamt der Blattkrone der Länge nahe abeinander, höhlt sie aus, schneidet das Fruchtfleisch in Stückchen und füllt sie dann zusammen mit weiteren Früchten wieder in die Schale. Das gibt dann einen ganzen originellen Fruchtsalat. Und der süße Höhepunkt von so einem Festessen kann natürlich eine solche Eisdurte sein. Coop empfiehlt ihnen aus dem grossen Angebot von Goldstar die Schwarzwälder-Turte, den Vanille-Erdbeer-Wascherlein oder die Nougat-Turte. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Coop-Festdagszeitung. Hier drin hat es nämlich auch einen Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es Coop-Warengutschein im Wert von 1000 Franken, 100 Franken und 10 Franken. Lesen Sie also die Zeitung gut durch, dann werden Sie die Lösung auch finden. Es ist etwas, was Coop ganz besonders gern macht. So, und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Unser heutiger Vorschlag für eine festtägliche Vorspeise ist, brotene Kalbsmilken auf einem Salatbett. Diese Kalbsmilken haben wir 10 Minuten blanchiert, in kalten Wasser abgeschreckt und Tüttchen entfernt. Wir schneiden sie jetzt in dünne Tranche und broten sie von beiden Seiten im Anken goldgeil an. Auf dem Modell noch haben wir verschiedene Salate angerichtet. Wir haben jetzt hier Frisee, Brüsseler und Rote Chico-Ré genommen. Wir geben ein bisschen Salatsauce darüber. Und jetzt kommen die warmen Milken drüber. Statt Kalbsmilken können Sie auch Kalbsläberen oder Speckwürfchen nehmen. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. Auf Wiedersehen miteinander und noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Das sind alles Sachen, die Sie für den Festtag besonders gut brauchen können. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Dissue Papierserviette in verschiedenen Farben, eine Packung an 20 Stück für nur 1,50. Und eine abwaschbare Tischdecke in verschiedenen Farben für 2,50. Bis zum nächsten Zischstück gibt es bei Coop drei Stück Servalat statt 2,40, jetzt nur 1,95. Tiefgekühlte Goldstar Rahmspinat statt 2,25, nur 1,75. Coupe Chantilly, Chocolat oder Caramel, ein Becher statt 80 Kappen, nur 65 Kappen. Und nur morgen über Monat am Samstag zwei Flaschen Sonnenblumenöl statt 9, nur 8 Franken. 2,5 Kilo Pintjeherdöpfel, nur 2,35. 500 Gramm Brüsseler Antifi, nur 1,90. Auf Wiedersehen. Antzig. 2,5 Kilo Pintjeherdöpfel. 5,5 Kilo Pintjeherdöpfel. Vielen Dank.